Einen wunderschönen Tag euch Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja ich sage nicht einfach Special, aber eine kleine Danksagung nochmal an euch. Das habe ich ja schon in einem Video von vor zwei, drei Tagen gemacht, aber ich habe mir jetzt folgendes überlegt. Ich weiß nicht, ja, ob viele von euch davon begeistert sind, dass jetzt hier Werbung auch geschaltet wird vor meinem Kanal. Aber es ist auch vielleicht eine kleine zusätzliche Einnahme oder ein Ausgleich dafür, dass ich mir relativ viel Arbeit mache. Es kostet mich alles ungefähr das Dreifache an Zeit, als wenn ich alles für mich alleine machen würde, aber es liegt mir einfach auch am Herzen, vielen Menschen da draußen noch was vom Trading mitzugeben und vielleicht was von dem Wissen, was ich habe, weiterzugeben und die Möglichkeit, dass Leute vielleicht auch geldlich davon profitieren. Das tue ich natürlich jetzt auch ein bisschen. Die Werbeeinnahmen werden nicht riesig sein. Der Kanal ist ja noch relativ klein. Nichtsdestotrotz möchte ich mich wirklich bei euch bedanken und das werde ich jetzt einfach mal ganz kurz machen und zwar mit einem Gewinnspiel. Alle Einnahmen, die auf diesem Kanal generiert werden, bis zum Ende dieses Monats werde ich einfach verlosen. Was müsst ihr dazu machen? Ihr müsst Abonnenten sein. Schreibt einfach einen Kommentar hier unter dieses Video und gebt dem Video ein Like. Und am Ende des Monats werde ich drei Gewinner auslösen, die sich den Gewinn teilen. 50, 30 und 20 Prozent für den ersten, zweiten und dritten Sieger, sage ich einfach mal. Und ich werde hier keinen Teil an euch weitergeben, sondern wirklich alle Einnahmen, die dieser Kanal innerhalb, sage ich jetzt einfach mal, das sind ja noch ungefähr zwei Wochen, innerhalb dieser zwei Wochen generiert. Also den kompletten Umsatz, den werde ich an diese drei Leute verlosen. Einfach nur als kleines Dankeschön und ich sage euch, wenn wir, wenn dieser Kanal größer wird, wenn wir auch vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder wie auch immer, würde ich mich, also ich würde mich einfach darüber freuen, mehr Menschen da draußen glücklich zu machen. Und dann werden wir solche Sachen vielleicht auch einfach wirklich öfter machen oder öfter nochmal an irgendwelche anderen Menschen spenden, die das Ganze vielleicht auch wirklich noch ein bisschen nötiger haben als wir alle. Ich hoffe, das ist okay und ja, dass viele von euch noch aufmerksam werden auf diesen Kanal und davon profitieren können. Ich hoffe und ich drücke euch wirklich allen die Daumen, dass ja, am liebsten würde ich jedem von euch was geben als Dank dafür, dass ihr den Kanal so pusht, sage ich einfach mal. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt erst mal drei Leute, die wir auswählen und das wird am Ende des Monats passieren. Mal gucken, ob ich das dann live machen werde, ob ich das über so einen Generator machen, lass mal sehen. Auf jeden Fall wird es drei glückliche Gewinner geben. Wie hoch dieser Gewinn ist, kann ich euch jetzt wirklich überhaupt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was dieser Kanal an Umsatz bis dahin erzielt. Ich hoffe natürlich für euch, dass es sehr viel sein wird. Dann kann ich auch drei Menschen vielleicht noch glücklicher machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag weiterhin. Gleich mache ich nochmal ein Marktupdate und vielleicht noch zwei oder drei kleine andere Sachen. Aber kommt gut in den Tag und wir sehen uns gleich.